Ich gucke halt so ins Becken rein und denke mir so, ja. Und auf einmal sehe ich, boah, was für einen krass langen Kampftentakel hat die Koralle denn. Das ist ja mal mega. Ich meine, Entschuldigung, der Tentakel ist gerade mal drei, viermal so lang wie die ganze Koralle. Das ist super krass und ich frage mich, gegen wen will hier eigentlich kämpfen? Also was ist jetzt hier eigentlich der Sinn? Weil, also, weder ist hier irgendein Tier gerade in der Nähe, noch ist hier irgendeine Koralle in der Nähe, die hier irgendwie Stress machen könnte, ne? Aber, also es ist krass, oder? Guckt euch diese mega langen Kampftentakel an. Der Wahnsinn. Heftig.